und da links rum und dann durch die schlucht kommt man auch nicht hoch das ist das problem hier hin und dann so jetzt will keiner ansteigen will ich doch noch fahren eben wenn sie nicht wollen dann sind wir da kommen sie meine leute wieder die max auch doch ja xx dabei gut das ist halt vorbei mehr kommt noch umfahre das hat keinen sinn die nehmen auf dem weg mit wir noch was finden was wird das finde ich bei dingen auf jeden fall geil weil hier ist ein channel du kannst pfeifen wenn du mitfahrgelegenheit brauchst das ist scheiß grad glück gehabt ja komm rein ja ist drin jetzt bist du voll jetzt ganze glas geben kommst du da hoch oh respekt gute fahrung dass dafür keine achievement gibt für gute fahrer gibt es auch selten ja sorry wir können euch nicht mit dem ist mit folgen sie doch das zwölf und zwölf drüber steht oder wie die alle hinterher rennen auf einmal selber schuld hätte er vorher daran denken können dass der weg bis zur nächsten sektion für den arsch weit ist also wenn ich jetzt über den panzer wiener fahr also dass ich sie voll die serie hat der wo die panzer wiener gelegt hat auf jeden fall wird sich jetzt gleich und das stört mich jetzt nicht was denn wer sagt mitten rein ja pass auf wegen panzer mien und so ne wenn ich jetzt hochgehe wegen dir meine kate verarsch ist auch ein kill gemacht gerade mal beim vorbeifahren aber noch zurück ganz gechillt aber da würde ich nicht stehen bleiben weil da kriegen wir ziemlich auf die fresse immer noch ich sehe aber auch ich komme der bulldog nirgendwo gescheit hin um da auch wirklich effektiv mal was zu beschießen jetzt ist schon besser hoho meste hoch wie lange haben wir noch die station 2250 eigentlich was sagt man dann die städte ich weiß ja nicht ja sage aber so schlecht wie es eben angefangen hat umso besser haben wir uns jetzt schon gesteigert ich mache halt kaum kill zu kommen ja dafür kriegst du den haufen assist kill du kriegst die ganzen spawner ich glaube halt auf wenn hier nicht was treffenden gelangt wird das schon irgendwie für dich auch relativ gut jetzt mal wieder ein indie aber ich glaube es haben sie ich weiß nicht ihn so nah ist weg und ich bin leichte ja ich bin auch ich kann ich auch von halt ja das ist jetzt dann musst du weg waren ja wohin wir hoffen zwar mal drauf naja in du hast heilt naja die kommen ja nicht nur mal raus jungs kommt raus zum spielen ist ja langweilig also ich würde sich hier witzig ich habe nichts dagegen und deshalb auch zwei noch munitionen auch ja ja 44 habe ich noch ja du ja alles leer ganze putze leer ich bin halt spaß haben das sind da und ich habe gerade nachgeladen habe ich ihn gesehen oh also irgendwie ich weiß ja nicht irgendwie haben wir keine gegenwehr finde ich nicht großartig zumindest gegenwehr hält sich in grenzen könnte schlimmer sein in einem ding haben wir einfach kein magazin das gibt es nicht du bist der einzige noch schießen kann ja ich brauche jetzt kann ja die milition sparen weil momentan ja nichts rumrennt ja gleich in der minute können wir wieder ganz ruhig rumknallen und 50 kunden kriegt mit gleich wieder so lange kannst du der transport assistkills irgendwie ja gut für die leute wo du mitgenommen hast wo jetzt leute töten richtig ist doch gut also naja jetzt habe ich mal meine eigene alle beschossen wenn du es bekommt auch einen haufen punkte für dich dass er sich immer heilt ich habe eine 1919 so jetzt müssen sie mal langsam raus kommen müssen doch nicht lad einmal von letztlich nach ja das war verkehrter moment wir haben die einrichtung bereit gott wollen wir noch was 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 das ist noch welche vor dir direkt vertraut dem ex ja ich kann ein draufhauen ich habe auch schon ein eigener getötet den genux medics die kriegen halt da die punkte ich habe noch genug munition nehmen wir drei mit von uns musik naja spannend grad das nächste ist das biolab ne das schafft man nicht biolab fahrt man nicht mehr erstmal easterway ich mache erstmal alles voll nur noch zwei einer den kriegen wir doch noch irgendwo her so ich jetzt mal da vorne munition ja man kann ja umständlich zum munition zum freunde ja jetzt werden wir aufgruppen munitioniert was machst du wechseln dass ich mir ganzen punkte nicht war so bilder meine ja jetzt habe ich die kanone aufgegeben egal so jetzt waren wir noch zur station und dann würde ich sagen wir auch wieder voll ja natürlich vollgas aufpassen auf panzer mine und dann vollgas da haben wir die anderen vor uns die alle abfangen sind naja minenräume hammer fast links rum oder ich danke ich glaube ich gar keinen weg leider wie man hochkommt das ist mein freunde das einzig ist wie man hier hochkommt ist mit einer racer da links rum und durch die schlucht ob man auch nicht hoch das ist das problem hier hinten ein boot an mobilisieren naja kommt es aber nicht rein vater zum darf zu den ganzen anderen schlässlich dazu zu den anderen 56 wo wir da haben jetzt gehen wir noch mal in den infall drei minuten lang und dann klappt das land gerade noch wenn wir die station jetzt capture und lang das noch und wir machen einfach dass es lang ist da ist was explodiert egal ich nehme jetzt leichte bisschen angriffs action noch ich bin ein bisschen drauf kann haben und wie lang braucht vier minuten das haben wir nicht ja gut dann machen wir die zwei minuten machen wir noch dass die folge voll also die einnahme noch komplett wird ja dann machen wir dann machen wir feierabend wir haben wir schon so gut wie verloren echt 23 von 38 runter das sind glaube ich die ganzen guten hingegangen jetzt aber wenn du wenn du überlegst du könntest du machst hier mehr punkte als wenn du wenn du hier jetzt das bin die ganzen anderen auf amerisch sind und wenn ich hier die ganzen stationen ein kannst du mehr xp form als auf amerisch ich hoffe ich bin mir bis zur nächsten folge jetzt habe ich schon jetzt will noch 59 ich habe ich bis zum nächsten nächstes mal die dinge zu machen Oraxium wie viel oh kommi ja 59 noch ach ja kriegst du es hin ok mit meiner gdc mf brauche ich noch ein bisschen 160 ja das dauert also noch ein bisschen oh ne gdc mf der ändert ja sag ich hab mal die m8 m4 ist jetzt auf Oraxium die erste von 5 snipern ja das dauert aber halt ja 1160 kills pro waffe mal 6 sind über 10 fast 7 8000 kills was ich da machen muss soviel habe ich deine waffe ne also um die eine Oraxiumwaffe zu bekommen brauchst du knapp 6000 ne du musst überlegen 6 waffen auf Oraxium sind ne 5 brauchst du also 5000 ja gut ich hab mal 6 gut dann sind es knappe 6000 kills pfff alter stirb frisst die granate also wenn wir ein bisschen munition haben hinter uns sind sie pfff naaa das hat er mich noch gekriegt noch ein bisschen mehr spawn beacon spawn wenn ich es jetzt schon geplandet habe das ist ja nicht ganz unnütz war ok jetzt fängt es wirklich an extrem zu legen ja gut das ist auch gut das jetzt sind wir auch gleich fertig mit der aufnahme von dem her 48 bis 96 von unserer nahe oder ja 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 eben wo grad sagen so viele waren es sind jetzt auch nicht da also so viel damage machen die uns jetzt hier nicht dass ich mich hier nicht so abmarschen tun 96 waren es würdest du merken oh oh wo ist er oh habe ich noch gekriegt zum glück war es ein noob also hier ist auch erleichtert man ist immer noch sunny ja nö dann würde ich sagen das hat doch ganz schön geklappt noch zum anfang war es echt schlimm aber hat es dann noch noch ein ende wurde ist perfekt sagen wir es mal so ja ich habe positiv zwar nur knapp aber positiv ich nicht ganz interessant der folge fahren ja du hast ja bestimmt auch ein paar tausend punkte gemacht dadurch 12.000 12.000 ja ich habe 16.000 gemacht ja 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 völlig besser ist nichts sage also dafür dass du es an die gefahren bist und wir ordentlich eingenommen haben können wir zufrieden sein mit unserer leistung heute wir haben verloren wie geht das wie verdienen wir bei einer 96er überzahl gut hier schon plötzlich 96 die haben uns aber umgang hier mit aufgeholt 45 bis 48 steht hier ist die kämpfen bei einem sporn da wird es noch ein bisschen länger wenn es mal länger dauert und ich nicht einer nicht ein verdammten keller macht auch gott wie viel sind da jetzt drin da sind jetzt richtig viele drin im sporn im 40 bis 48 habe ich sie hocken nicht alles lang was ich doch und jetzt alle da drin also im sporn hocken wir nicht mehr die sind hier alle in den punktraum gekommen du bist ja auch immer eine gerade maus hier hoch hast du es gewischt wenigstens nichts oh gott also ich würde sagen wir beenden die aufnahme jetzt hier bevor ich mir vor mir richtig auf die fresse kriegen weil wir kriegen gerade richtig auf die fresse ja wir haben keine sandys mehr und ich würde sagen deswegen gehen wir an swap geht und sagen wir mal ciao ja sagen wir mal leise scheiße nein bis zum nächsten mal meine freunde und habt ihr habt spaß dabei kd 23 23 schönes ende noch bis zum nächsten mal tschö tschüss ja tschau tschüss tschüss tschüss